herzlich willkommen in seiten die die welt nicht braucht folge sechsen glaube ich mittlerweile und ja ich habe wieder eine neue seite gefunden die nutzlos ist und ich habe ein paar schon vorbereitet hier schon ein paar links gespeichert also ich glaube ja nicht wie viele seite das wirklich nutzlos sind und ich bin wirklich geschockt von solchen seiten so ich nehme eine heute mal sehen heute zeige ich eine neue seite die linke heute punkt kommt die name wieder unsprechbar ich poste wie immer link ja und genau ich habe hier eine seite ich kann an diese teile womöglich klicken ja anfangen macht auch spaß wie immer aber mehr ist es nicht genau ihr seht auch diese seite ist nutzlos wie immer und seid bereit weil die nächste seiten die nächste folgen die ich schon herausgesucht sind noch schlimmer also bis zum nächsten mal und vergisst nie das internet ist ein universum voller überraschung bis zum nächsten mal so